Geil! Er fragt erstmal den Kameramann so, äh Digga, er weiß aber, dass das jetzt scheiße stark ist, ne? Reaction auf Shisha Beyond Borders, How to make a hookah Siberian Style. Part 1 of 3. Der Kollege hat einen YouTube-Channel, der sich auch um Shisha-Kram dreht, ist auf Englisch, aber auch, weil er halt die ganze Welt betrachtet, ja? Also er versucht Setups aus verschiedenen Regionen zu zeigen und geht auf verschiedene Messen, redet mit verschiedenen Nationen, wie die Shisha rauchen und so weiter. Und jetzt hat er einen Typ aus Sibirien da und mir wurde in Russland gesagt, dass die Leute in Sibirien nochmal viel krasser rauchen, also viel stärker. Ja, deswegen gucken wir mal rein und schauen mal, wie so ein Siberian-Typ seine Köpfe baut. What's going on, ladies and gentlemen? Welcome to Shisha Beyond Borders and we're coming at you with a new video. A lot of cool stuff is going on in St. Petersburg, Russia, but you know what we're gonna talk about today? We're gonna talk about Siberian-Pack-Methodology. How they pack in St. Petersburg, Russia, is not how they do in Moscow and it's not how they do in where he's from, okay? The Karo Pro, right? He is from this place called Kemrovo, all right? Which is a place in Siberia. Now he's gonna show us how to pack Siberian-style bowls, how they like to smoke, which is supposedly super fucking heavy. Er sagt's gerade, also was ich eben schon im Intro gesagt habe, also mir wurde in Russland halt auch gesagt, dass die in Sibirien sehr, sehr starke Köpfe vor allem bauen. Wir sind mal gespannt. Serp, sehr, sehr bekannte, sehr, sehr bekannte Kopffirma, vor allem halt in Russland, in Deutschland und nicht so, kennen auch schon einige in Deutschland auf jeden Fall, aber vor allem bekannt in Russland und so. Auf Smokbuster angelehnt, schön mit dem Bierchen bei. Hallo Leute. Hallo Leute. So, heute haben wir mit Brandon so eine Thema, das ist die Kuchen in Russland. You all know, Brandon hat gesagt, dass Russland von Regionen zu Region ist eine große Land. Ja, genau, weil Russland so riesig ist, es gibt halt in verschiedenen Regionen. Regionen von Russland verschiedene bevorzugte Kopfbauarten und verschiedene Stärken. Wir sind in Russland, in Sibirien und in Kemeran. Deswegen haben wir heute hier die Särken. Wir sind aus Kemeran. Wir sind die Särken. Wir sind die Särken. Wir werden sie auf die Särken. Wir werden sie auf die Särken. Wir arbeiten. Wir beginnen. Wir beginnen. Wir beginnen. Ich erkläre, warum diese Produkte heute auf unserer Stille sind. Warum sie heute im Zentrum der Aufmerksamkeit sind. Weil, in der Endeffektion, hat Huka Club Show im Jahr 2019. Er war in Russland, weil er auf der Messe war. Und jetzt hat er sich noch den Kollegen aus Sibirien geangelt, der ihm noch ein paar Köpfchen bauen soll. Damit wir auch mal sehen, wie in Sibirien Shisha geraucht wird. Jetzt haben wir einen Stol mit Winkern. Das ist Kalyan. Heute wird Hooligan. Genau. Rechts haben sie eine Hooligan-Hooker. Und auf der linken Seite haben sie eine Dosha-Frankie. Das ist eine Dosha-Frankie. Damit wir verstehen. Die Branden sind jetzt mit Winkern. Wir werden es heute probieren. Das ist ein großer Interesse. Die Tabak, die wir benutzen. Das ist eine Börn-Linie. Das ist eine Element-Linie. Das ist auch so ein Ding. In Russland wird noch unterschieden. Inzwischen Overheating. Da geht es den Leuten nur darum, kurzzeitig krass viel Nikotin-Geschmack und Rauch aus so einem Tabak raus zu prügeln. Und nehmen dann in Kauf, dass der Kopf nicht so lange hält. Aber es gibt auch Leute, die rauchen optimal. Also so wie ich eigentlich. Dass der Tabak seine optimale Temperatur hat. Und er nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert wird. Und es gibt aber auch welche, die rauchen auf Underheating. Da gibst du dem Tabak ein bisschen weniger Hitze. Dadurch hält er länger. Aber er raucht dann nicht so krass und schmeckt auch nicht so krass. Das ist halt die Frage, was man will. Manche Leute wollen halt den Nikotin-Kick von so einem Kopf. Die rauchen dann so ein Overheating mit starbem Tabak. Manche Leute wollen nur ein bisschen nebenbei rauchen. Ganz auf entspannt. Dann ist Underheating vielleicht ganz okay. In Deutschland wird bei sowas eigentlich gar nicht unterschieden. Da sind wir gar nicht so weit wie die Russen. Die Russen haben eine sehr, sehr krasse Shisha-Kultur. Das ist eine sehr, sehr kräfte Järgung. Aber wir können auch beim Schatz nicht in der Niveau zu machen. Wir liebe es optimale. Wenn der Tabak ein Produkt für uns macht, kusig er es wird, wie wir so sein, wir versuchen nicht mehr zu, sagen wir das. Wir müssen dann auch, wie ihn sollte. Wenn der Tabak ein Kiepchen, wir müssen ihn dann auch kürieren. Wenn der Tabak ein leichter, dann ist es die Idee, wir nicht mehr zu machen. Wir müssen ihn dann auch kürieren. Wir müssen ihn dann auch auf der Anhaltung. skurление kalyana именно поэтому мы очень сильно заморачиваемся именно за то как контролировать waschalli hat erst mal sein köpfchen weggeballert er sein bier nicht sein kopf what the fact иногда есть большое желание покурить крепкий tabak noch geprägt auch достаточно легко чтобы это было не не нагружала сильные die bill пока это же касается это бака элемент который мы сейчас начнем и сразу приступим первой забивки сейчас посмотрим что это за вкус я очень большой любитель личия пробовал на стенде элемент личин элемент habe jetzt auch sehr sehr geil und die hatten auch einen sehr sehr heißen stand auf der hooker club show den kaschmier von elements hatte ich auch gerade достаточно крепкий этот tabak могу сказать он очень сильно накуривает и мы могли бы сейчас для этих для именно для этих забивки про которые буду рассказывать использовать танжирс например да либо там танжирс darkside либо танжирс фрегат не суть важна то есть крепкий при гейтс анатольская ганс андре гешиха это стабак да но марфи и визитерка из ассо фрега и са ассо фрега и са ассо фрега и са ассо фрега и са ассо но опять же повторюсь так как мы только что с выставки са ответственно будем что-то новое для вас сегодня забилайте пробовать сами So what he's doing is right now, he's loading the bowl, just fluffing it in, nothing special to be honest. So it's, it looks like he's going to mix cashmere, feijo, no, 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 let me take that back, lychee and grapefruit pomelo, or is it the cashmere? Yes. Cashmere? Cashmere. Yeah, so, okay, so he's loading these lychee and cashmere, feijo, and right now he's just kind of fluffing in the bowl right there, and what I'm really interested in is, what he does next. Okay, nochmal raus and pressen. So what's the importance of this, I'm really interested in, his rolling technique. Yeah, I do it just like that. No, actually, now we mix it. Okay, also, er hat's auch gemacht. Er guckt erstmal, wie viel ungefähr in den Kopf muss, nimmt's dann aber nochmal raus und vermischt's nochmal, weil der ja zwei verschiedene Flavor genommen hat, vermischt ihn nochmal in der Hand und packt die jetzt in die Bowl. Das mache ich zum Beispiel auch aus. oft, das nochmal durchmischen, aber häufiger, wenn ich jetzt eine Virginia und ein Dark Blend mische, weil Dark Blend manchmal ein bisschen mehr Hitze braucht als ein Virginia und deswegen mische ich das dann beides einmal zusammen, weil, sagen wir mal, ihr mischt so einen Kopf 50-50 und habt auf der einen Seite Dark Blend, auf der anderen Seite ein Virginia Tabak, dann braucht der Virginia eine andere Hitze als der Dark Blend, um optimal zu funktionieren. Und wenn ihr die durchmischt, dann erzeugt ihr eine homogene Masse, die dann auf einer Temperatur gut läuft. Ja, ich übrigens auch, wenn jemand noch nicht abonniert hat, sehr, sehr gerne ein Abo raushauen, Jungs, ist auf jeden Fall highly appreciated, also wäre sehr, sehr nice von euch. Wo ist er das Ganze ein bisschen verteilt? Okay, also er sagt, je mehr Tabak wir haben, desto angenehmer wird es, es zu rauchen. Wüsste ich jetzt nicht, weil wenn es eine gewisse Höhe erreicht, wird es ja stark. Ja, ist auf jeden Fall schon über Randhöhe, würde ich sagen. Okay, also die haben die Hardline von Elements genommen, die ist auf jeden Fall schon gut stark. Und jetzt hat er wohl noch irgendeinen Trick am Start. Okay, also er sagt, weil der Tabak stark ist, nimmt er mehr, damit man es angenehmer rauchen kann. Drückt er den jetzt noch krass an? Akkurat noch aufladen, also nicht aufladen, sondern einfach akkurat noch aufladen. Also er sieht schon, er liegt ganz locker noch in der Brom. Okay, also er sagt, wenn sie komfortabel rauchen wollen und keinen krassen Nikotinflash haben wollen, dann drücken sie den Tabak, wenn er stark ist, eigentlich ein bisschen mehr an. So, I see, he's combing over the tobacco a lot with his poker and stuff like that, evening out of his pack. It seems to be looking good, it's right at the rim, looks beautiful. By the way, if you haven't done so, make sure you hit that subscribe button, okay? Gotta take care of business. Alright. Hat er jetzt schon zum Drittenmal gemacht, oder? Alright, alright. It looks good, it looks good already. Seine Lungen heulen schon. Ja, einfach zu rauchen wird das bestimmt nicht sein. Ah, okay, jetzt, also er hat wirklich angefangen, da war das Ganze noch über Randhöhe, jetzt ist es schon deutlich unter Randhöhe. Also jetzt hat er das schon noch ein bisschen angedrückt. Was ist das? The rim of the bowl? And it looks like it's, I would say that it's almost like a normal pack, it's not too dense. We're going to take the pot. We're going to take the pot. This is not just a different aspect of our region, but it's just like we're going to give it to our guests. Okay, also er sagt, in deren Region ist es tatsächlich relativ häufig so, dass Leute mit Alufolie rauchen. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass die jetzt safe eine Smokebox nehmen, weil ein Großteil in Russland ist mit Smokebox. Also ich glaube auf der Messe in Russland, wie viele Köpfe habe ich da gesehen, die nicht mit Smokebox machen? Das waren auf jeden Fall nicht viele. Sehr, sehr viele Leute rauchen in Russland mit einer Smokebox. Nicht einfach, weil es eine alte Schule ist, sondern von objektivem Grund, dass wir viel Kugeln auf dem Follier erwähnen. Besonders wenn es ein Gespräch gibt, um die Arbeit im Kallianen-Business, sondern einfach um die damalige Kugeln. Ich hätte es jetzt auch so gemacht, dass ich erst mal so leicht vorspanne, dann Loche und dann spanne, also dann richtig nachspanne. Er packt das direkt rüber. Damalige Kugeln und Kallout sind tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte, weshalb das nicht? Nein, ich denke, es ist viel einfacher. Okay, dann erscheinen sehr viele kleine Löcher zu machen. So you see it's not puncturing all the way through, right? I think that's key to this pack. Am I right? Make sure you don't poke all the way through the tobacco, you don't want to disturb the pack. So he's going around two, three times. Looks good. Wow, he's fast. Okay, das ist okay, noch mehr Löcher. All the way through the middle? No. Okay, also so vier Reihen. Ja, ungefähr so eine cool Breitlöcher hat er jetzt gemacht. Und in der Mitte, wo es vorne noch ist, hat er jetzt keine Löcher. Ja und in der Mitte, das ist einfach ein прямer Hochwasser. So, warum es braucht. Es ist nicht unbedingt so. Wenn jemand so macht, wir nicht so machen. Okay, ich puste nochmal rein, um den Airflow zu checken. Ah krass, noch gar kein Sieb oder was, sondern direkt auf die Alu. Ah krass, das sieht man in Deutschland sehr, sehr selten mittlerweile. Ich bin gespannt, ob man dann Breit drauf oder vier? Vier anscheinend. Okay, viel Kohlen direkt auf die Alu. Ohne Sieb, ohne Flavorsaver, ohne irgendwas dazwischen. Okay, also nochmal, würde er einen Windschutz benutzen. Aber weil die jetzt gern haben, dreht er einfach nochmal in zwei, drei Minuten die Kohle ein bisschen. Und in 5 Minuten, wir werden es späum. 1 Minute, 37 Sekunden später. So, was er hat hier gemacht, Leute, ist, dass er in zwei Minuten, er hat die Kohlen über die Kohlen, um zu verbreiten zu verbreiten. Das ist essentiell, um sicherzustellen, dass es auf die Heating-Proße des Bals. Das ist eigentlich so. So, er hat es noch da, und er hat es da für etwa drei Minuten, um die Entfernung des Bals. Und dann er hat unsere erste Puff. Das ist eigentlich so. Das ist eigentlich so. Insofern kann man so viel Kohlen kreieren, weil es da ziemlich viel Kohlen gibt. Das ist einfach so. Und wie funktioniert das? Na ja, Overpack war das ja nicht, oder? Jetzt, wir wollen sehen, wie er raucht. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, das müssen ja jetzt schon locker fünf Minuten gewesen sein, wo er die Pfeife anstehen lassen oder so. 3, 4 Minuten. Und dann nehmen wir unseren ersten Puff. Wir rotieren die Kohlen auf dem Kohlen, während der Kohlen kreieren. Zumindest nicht ich. So, das ist neu für mich. So, jetzt gehts los. Erster Zug. Wenn ich das sehe, kriege ich richtig Bock, den Kopf nachzubauen. Und der ist an, würde ich sagen. So, und wenn wir dagegen wenn wir dagegen halt jetzt mal die Rauchentwicklung von MGP oder sowas, oder so ein Cenex oder sowas legen. So, Digga, das ist Next Level. So ist krasses Shisha rauchen für mich. Das ist für mich die hohe Kunst. Der darf sich meiner Meinung nach Hookamaster nennen. Und dann kommt halt so ein MGP um die Ecke und baut dir einen hohen Kopf und dreht dir ein, das wäre das geilste, was es auf der Welt gibt. Schwierig. So vibriert Kalian. Ich verstehe noch nicht. Diese Hooligans. Aber ich wusste, worüber Brandon sagt. Ich glaube, dass es wirklich etwas Wasser in den Schacht fliegt. Das heißt, es hat ein Schluck zu viel Wasser drin. Oder die Bowl ist nicht so geil für die Hooligans. Aber es sieht eigentlich nicht aus, als würde das oben in den Schlauch kommen. So, wie das so ein bisschen blubbert. Ich will nicht für die Kamera sagen. Ich möchte, dass Brandon versteht, dass er diesen Tabak kauft. Ja. Und er weiß, dass es kräftig ist. Geil. Er fragt erstmal den Kameramann so, Digga, er weiß aber, dass das jetzt scheiße stark ist. So, bist du sicher, dass er das rauchen kann? Ja. So, und diese Tabak, er hat ihn jetzt versucht, die Geschmack des Elementen, die Geschmack des Elementen, Das ist warum diese Tabak. Alles klar. Danke. Bitte. Okay, wir versuchen es. Also, ich glaube, wie er hat den Ball schon gepackt, ist, dass er es ein wenigstens nach dem Rimm und er kann, in eine gewisse, in eine gewisse, in eine gewisse, so, ich gebe es einen Schacht. Ich will, wie es ist, um zu sehen, ob er so gut ist, wie jeder sagt. Er hält sich schon mal am Tisch fest. Ah, tiefer zu. Sieht recht entspannt aus. Direkt noch rein. Kann nicht so schlimm sein. Wow. So, der Lichee, es kommt in wirklich, wirklich süß. Es ist wirklich aus dem Cashmere. Du bekommst den Citrus, das Fajor, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. So, aber es ist relativ, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu viel, das mich auf meinen Arsch oder so. Aber, er hat gut gehalten, dieses Ball, und es zeigt, wenn ich mich für ihn kenne. Definitiv. noch hält das aus. Also, trotz, dass der Tabak so stark ist, hat unser sibirischer Freund anscheinend so nice gebaut, dass auch unser amerikanischer Freund, der Brandon, das ganz gut abkann. Nice. Und Leute, zwischendrin, noch einmal die Bitte an euch, wenn noch jemand neu am Start ist, und euch hier gefällt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, Jungs. Ihr wisst es, das Ziel, der silberne Play Button, das wäre auf jeden Fall mega korrekt, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Also, wenn noch neue Leute am Start sind, Leute, bitte, bitte noch ein Abo da lassen, das wäre mega, mega nice Unterstützung. Und wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann die Möglichkeit, dadurch mit einem Sibirer, äh, Sibirer? Sibirischem Huka Master ein paar Köpfchen zu bauen, und für euch dann deutsche Videos darüber zu machen, weil das wäre doch auch mega nice, oder? ...einem kann, viel Hekt und nicht das Tabak. Ähm, wie man so kann man auch andere kräpige Tabak, äh, äh, npr. Tamshe, dark side, wenn es für jemanden ist, ist, dann ist es kräpig, ja. Äh, und viele russische Tabak, die jetzt auf den Markt erzeugen, viele davon sind, die in den kräpigen Tabak. Und wenn es für euch sehr kräpig sind, ist, dann kommt diese Zubifung auf die komforte Kürinung. Okay, Okay, grob zusammengefasst hat er gesagt, dass das eben eine sehr, sehr geile Methode ist, relativ starken Tabak ein kleines bisschen angenehmer zu machen. Beautiful. Beautiful. Well done. Well done, my friend. Super good. Super good. Super good. How do you try this mix later? Okay, guys, we're gonna take this hookah onto the other table for our guests. They're gonna try it out and see how great it is. And we're gonna move on to it. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich würde auch super, super gerne mal ein von ihm gebautes Köpfchen probieren.